Guten Abend miteinander zu uns. Herzlich willkommen. Geben Sie doch zu Marilly. Ist das wieder kalt. Ah, Herr Ernst, hat meine ich pressiert. Guten Abend miteinander. So, kommen Sie auch noch ein bisschen zu uns? Ja, können Sie denken. Dann müssen Sie doch nichts anderes anlegen. Die Finken? Schön, kein Mensch, dass Sie die Finken noch haben. Kommen Sie, gehen Trost auf ein Bierchen zu uns. Auch so.